Der Nächste bitte. Hallo Frau Doktor. Ich habe ganz schlimme Beschwerden. Körperliche oder psychische? Psyche. Das Zweite. Beschreiben Sie doch bitte etwas genauer. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Welches Wort? Psyche. Psyche. Psychisch? Ja. Und das belastet Sie. Ja, und wie. Das ist doch so einfach. Psychisch. Wir haben hier ein langes Ü. Dann kommt der Echlaut. Psych. Und dann gehen die Lippen wieder nach vorne für den Schlaut. Psychisch. Psychisch. Ich kann das nicht. Nehmen Sie das hier. 20 Tropfen dreimal täglich vor dem Essen. Danke. Und werde ich dieses Wort aussprechen können? Nein. Aber Sie werden sich keine Sorgen mehr machen.